Oh Verdauungsprobleme! Verdauungsprobleme können uns so in Beschlag nehmen und uns so den Alltag versauen, in Anführungszeichen, dass wir zu gar nichts Vernünftiges mehr in der Lage sind. In diesem Video erfährst du die 5 häufigsten Verdauungsprobleme und wie du sie in den Griff bekommen kannst. Nicht vergessen, abonniere unseren Kanal und wenn du Lust hast, lade dir unser kostenloses E-Book runter für noch mehr Informationen zum Thema Verdauung. Ja, das ist schon scheiße, oder? Wenn man Verdauungsprobleme hat, die chronisch sind, also jetzt nicht irgendwie so mal ein bisschen kurz den aufgeblähten Bauch und ist wieder gut, sondern wenn es dauerhaft ist. Dauerhafte Verdauungsprobleme sind einfach, lästig und häufig sehr schwer herauszufinden und herauszubekommen, woran liegt es. Was sind die 5 häufigsten Verdauungsprobleme? Das fängt alles an mit Blähungen, gefolgt von Völlegefühl oder Schmerzen. Manche Menschen haben dann noch Verstopfung oder Durchfall. Das sind die 5 häufigsten. Es gibt noch andere, aber das sind die 5 häufigsten. Wo kommt das her? Warum habe ich das? Warum hatte ich es nicht vorher? Und was kann ich dagegen tun? Das sind die wichtigen Fragen, die man hier stellen muss. Normalerweise ist der Weg dann, wenn man so etwas hat, vielleicht erstmal ins Internet, dass man irgendwie schaut, was ist denn da, was gibt es denn zum Thema Verdauung? Dann guckt sich den einen oder anderen Tipp an. Manchmal funktioniert was, manchmal nicht. Manchmal soll man dann irgendeinen Tee trinken oder sich irgendwas aus Ingwer machen oder irgendwas mit Kurkuma essen oder so. Kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Dann ist oft der zweite Weg, wenn es dann so ein bisschen ernsthafter wird, ist dann der Weg zum Arzt. Und der Arzt macht dann, was er macht. Der Arzt macht Ultraschall, hört sich das vielleicht ein bisschen an, macht vielleicht Blutuntersuchungen, macht vielleicht eine Stuhlprobe. Und dann ist der Klassiker normalerweise bei Magen-Darm-Themen, Spiegelungen. Dann gibt es eine Magenspiegelung, die endet beim Magen. Das geht nämlich aus dem Magen nicht raus. Und dann wird geguckt, was im Magen ist. Dann gibt es eine Darmspiegelung, die endet im Dickdarm. Und das ist natürlich schon ein richtiger Eingriff mit allem drum und dran, mit Narkose und Co. Also schon ein richtig invasiver, heftiger Eingriff. Dafür, dass dann am Ende vielleicht rauskommt, wir wissen nicht, was es ist. Weil nicht selten spielt sich der ganze Spaß nämlich im Dünndarm ab. Und da kann man nicht reingucken. Also was kann man tun? Wo kommt das Ganze her? Es gibt verschiedene Ansätze, wo das herkommen kann. Das eine ist mal, dass es einfach ganz banal sein kann, dass Unverträglichkeiten vorliegen auf bestimmte Lebensmittel. Da müsste man einfach schauen, wie kommt man da dran. Unverträglichkeiten rauszufinden, da gehen dann viele zum Hautarzt oder zum Arzt machen Allergietest. Das kann funktionieren, meistens aber eben nicht. Dann gibt es Möglichkeiten, dass man so eine Eliminierungsdiät macht. Das heißt, alles reduziert bis auf die zwei, drei Lebensmittel, die man noch verträgt. Und dann so nach und nach, dass eine wieder zunimmt und wieder weglässt, wieder zunimmt, super langwierig und nervenaufreibend. Und es gibt die elegante Möglichkeit, das mit der Regulationstestung zu machen, die wir anbieten über unsere Akademie. Damit geht es easy. Das kann man lernen und dann kann man das einfach selber machen. Aber welche Variante man auch immer wählt, es braucht irgendeine Hinwendung zu den Lebensmitteln, um zu gucken, gibt es da was, was ich nicht vertrage. Wir erzählen viel dazu auch in unserem E-Book, das du dir kostenlos runterladen kannst. Hier in der Videobeschreibung ist es drin. Und da erfährst du noch viel, viel mehr, was das sein könnte. Das zweite, wo man hinschauen muss, sind Vergiftungen. Es kann sein, dass ich einfach bestimmte Toxine in meinem Magen-Darm-Trakt angesammelt habe, die jetzt die Nerven oder die Verdauungsmechanismen oder das Mikrobiom stören. Das einfach dazu führt, dass bestimmte Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Dann ist es so, dass es sein kann, und das hängt damit zusammen, dass bestimmte Drüsen nicht richtig arbeiten in meinem Magen-Darm-Trakt. Es kann sein, dass mein Magen zum Beispiel nicht genug Magensäure herstellt. Und aufgrund von dem Magensäure-Mangel wird mein Essen nicht richtig vorverdaut. Und dann kommt es in unverdauteren, groben Brocken quasi in den Dünndarm und nährt jetzt dort Bakterien, die Party feiern mit dem Essen und sagen, hey, mega, und fangen an, machen Blähungen. Oder auch später erst im Dickdarm. Im Dickdarm sollte normalerweise ein relativ gut durchverdauter Speisebrei landen und keine Brocken. Und wenn da Brocken landen, kann es sein, dass die Bakterien sich daran laben. Und Blähungen ist meistens Bakterienpups. Das heißt, wenn die viel machen, dann gibt es Blähungen. Und das sollen sie natürlich nicht. Die sollen nicht übertreiben. Die sollen arbeiten, aber bitte nicht zu viel. Das ist das Zweite, dass man schauen muss, ob da in der Hingehende eine Ursache da ist. Dann ist es so, dass man natürlich auch schauen muss, bei den Verdauungssäften sind denn die ganzen Dünndarm-Verdauungssäfte da. Also ist von der Bauchspeicheldrüse die Aktivität ausreichend. Macht sie genug Lipasen, Amylasen, Proteasen, also diese ganzen Sachen, um Fette zu verdauen, um Proteine zu verdauen, um Kohlehydrate zu verdauen. Ist die Gallensäure ausreichend? Auch das ist wichtig für die Fettverdauung. Haben wir genug Galle oder fehlt es da dran? Hier müsste man dann mit Bitterstoffen arbeiten. Im anderen Fall müsste man schauen, was hat denn die Bauchspeicheldrüse, warum macht die denn so wenig? Das können verschiedene Gründe sein, unter anderem ungelöste seelische Themen, die mir auf dem Bauch liegen oder aber auch einfach Nährstoffmängel oder Toxine und nicht selten auch chronische Infektionen. Wir haben häufig Besiedelungen im Darm, nicht selten aufgrund von den Giften, mit Parasiten oder Pilzen, Candida-Pilz oder irgendwelche Parasitenarten, die dann dazu führen, dass sie durch bestimmte Mechanismen unsere Verdauungssäfte reduzieren, weil die einfach keinen Bock haben auf eine Säuredusche oder auf irgendwas, was Proteine verdaut, weil die wollen nicht angefressen werden. Und dadurch bestimmen die quasi die Mechanismen im Körper, wie viel von den Säften gibt es und wie viel nicht. Und das kann uns dann wieder zu schaffen machen. Auch das kann sein. Muss man schauen. Manchmal findet man sowas durch Stuhlproben raus. In der Regel kommen die Stuhlproben aber negativ raus, weil es wurde nichts gefunden und trotzdem sind Parasiten im Darm, weil man das halt sehr selten direkt finden kann im Stuhl. Also auch wieder da ist die Schulmedizin ein bisschen ratlos und mit der Testmethode, die wir lehren, kann man es direkt rausfinden. Das heißt, wir haben die Unverträglichkeiten, die Giftstoffe, die körpereigene Produktion, eine Fehlbesiedelung mit Keimen und natürlich kann es sein, dass ungelöste seelische Themen da sind. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz großen weiteren Faktor, das ist der Stress. Stress auf allen Ebenen. Entweder Stress, den ich mir selber mache oder den ich von außen aufgebürdet kriege, weil ich einfach zu viel machen soll oder Sorgen, die ich habe aufgrund von bestimmten Ereignissen in meinem Leben oder aufgrund von Ereignissen auf der Welt. Was auch immer, es ist ein chronischer Stress und sobald der Stress da ist und chronisch ist, gibt es auch wieder Probleme, weil unser ganzer Darm nämlich parasympathisch innerviert wird. Das heißt, er kann nur laufen und funktionieren, wenn ich irgendwie ein bisschen entspannt sein kann. Ansonsten geht Verdauung nicht. Und deswegen ist immer wieder wichtig, dass man aus dem chronischen Stress rauskommt und sich zurückziehen kann, Möglichkeiten findet, zur Ruhe zu kommen, mit welchen Techniken auch immer. Es gibt viele Antistresstechniken, die man nutzen kann. Das fängt an bei einem Spaziergang in der Natur, was wirklich super magic ist. Also glaubt man immer nicht, aber es ist so dumm, wie es ist, ein Spaziergang im Wald entstresst maximal, weil diese Terpene im Wald dafür sorgen, dass unser ganzes Nervensystem sich beruhigt. Das geht direkt in Kommunikation mit dem Nervensystem und fährt Stress runter. Das ist richtig wertvoll. Natürlich alles, was grün ist, ja auch grüne Wiesen oder am Flussufer entlang, weil sowas kann richtig, richtig gut helfen. Aber natürlich auch Atemtechniken oder Entspannungstechniken können helfen. Sauna kann helfen. Sport kann manchmal auch helfen, einfach auf andere Ideen zu kommen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aus dem klassischen Stress rauszukommen, je nachdem, was gerade richtig unangelegt ist. Auch darüber sprechen wir in unserem E-Book. Das heißt, du hast jetzt hier eine ganze große Zahl an Faktoren, wo du hinschauen kannst, die leider Gottes alle nicht messbar sind mit schulmedizinischen Instrumenten. Zumindest nicht ausreichend. Und die man aber bedenken muss, wenn man wieder raus will aus den Problemen mit dem Darm. Und dann klappt das. Wenn man das richtig ansetzt, funktioniert das. Nicht selten multifaktoriell. Wir sprechen über alle Faktoren im E-Book. Lad es dir runter. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal für weitere Infos rund ums Thema Gesundheit. Ciao, der Matthias.